Ja kommt es? Ja. Ach ja, jetzt. Ja, kommt mir von. Halt eine Lampe. Die machen auch die Büro-Motion. Dann lassen wir sie gehen. Die gehen C2 raus, denke ich. Ist die Lampe durchgeglitscht hier? Nein, nein, der ist ins Büro rein. Die machen ins Strom und gehen raus. Hinten ist einer gelaufen. Was? Was? Ich weiß noch nicht, was Gauen gestrochen ist aber. Vom Wasser kommt der einer. Ach so? Ja, auf den habe ich schon geschossen. Da war noch einer, ja. Ja, ich weiß. Ich dachte, die kommen von hier vorn? Ja, da waren auch welche im Büro. Ja. Oh, du Mischhals weggerissen. Scheiße. Fick. Fick. Fick, Alter. Habe ich mir jetzt noch einen umgelegt? Sag mal. Oh, ist ja hier das volle Ding weggerannt. Ey, ich habe keinen umgelegt. Was? Ne, war nichts. Du warst voll drauf, Alter. Ja. Ich habe 657 Bodyarmor und fast 300. Du warst richtig gut drauf. Alter. Das mit besserer Munition? Ah, Mann. Ich muss jetzt so schnell wie möglich rein. Ich bin am Kinderspiel. Ah, ich weiß wo ich bin. Okay, ich weiß wo ich bin. Guck mal, ob ihr was findet für mich, weil bei mir wird das dauern. Ich gehe ins Büro. Ich komme gleich hinterher. Ey, ich muss raus. Ich habe eine Grafikkarte. Leck mich am Arsch. Macht's gut, Jungs. Tschüss. Tschüssi. Ja. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich habe nur dreimal das Lachs. Das ist geil. Hoffentlich habe ich einen guten Sporn. Ja, ja, oh ja. Das ist jetzt nicht so schlecht für meine Zwecke. Wir müssen bloß aufpassen, dass die Typen hier, dass ich nicht gleich wieder draufgehe. Mit dieser Kack-Munition. Da hinten ist ein Felser und da komme ich glaube ich nicht hoch, um runter zu springen. Oh, hier ins Minenfeld oder was das ist. Aber irgendwas ist mit den Minen neu, habe ich gelesen. Also ich glaube, einmal reingelatscht. Warte. Ah, warte. Hier haben wir doch schön was. Soll doch reichen, oder? So. Na bitter. Ja, schreck mich jedes Mal. Ja. 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 Ja, Wasser. Das brauche ich erst mal nicht. Doch brauche ich! Ich. Es kommt wieder keiner von diesen Arschlöchern. Das wäre so geil, drei Stück hier reinmarschiert, zack, 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 fertig. Keiner zu sehen. Hätte ich das vorhin schon gewusst, hätte ich mir da schon die Knochen brechen können und nicht hier das Experiment mit dem Anschießen, den hätte ich direkt umlegen können. Mann! Los, ihr Lappen, jetzt kommt hier an. Man hört auch keinen. Hier schön jetzt einer rein, Junge, die Fresse wegschießen, dann kommt sein Kumpel, will ihn rächen, Fresse wegschießen, dann kommt der Nächste, Fresse wegschießen und dann schön raus, schön gemächlich. Fremde-Retsack und Mord. Das Spiel hasst mich. Oh. Meine Mosin, meine Weste, mein Rucksack. Zack, zack. Ein Untersucher. So. Hätte ich mir noch eine Pistole erschießen sollen. Mist. Okay, stop searching. Stop, stop, stop. Das kann ich in der Bude machen. Geschöpft bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mann, den Skeffern lieber gewesen. Muss ich mal so sagen. Oder mit der Pistole. Aber da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht gleich. Scheiße. So. 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 Wasser kann man trinken, glaube ich, oder? Das ist ja keine Medizin. So. 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 Aber es ist doch nicht zu fassen. Jetzt muss ich vor bis zur Old Station humpeln. Es ist unfassbar, alle, unfassbar, es kommt keiner. Das ist unfassbar. Geinskeftal. Wenn du sie nicht brauchst, dann sind sie zu Hunderten und schießen ja die Kauleiste weg, schneller als es dir lieb ist. Woher? Nicht einer. Keiner da? Hab mir die Knochen umsonst gebrochen. Hm. Segemühne vielleicht. Da laufen sie auch ganz gerne mal rum. Hey, ich hab schon eine Verletzung. Du brauchst mich gar nicht mehr verpassen, Mann. Da ist die alte Kriegsverletzung wieder aufgebrochen. Oh, 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 oh. Ich dehydriere. Oh, oh. Woh! Ahh! 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 Torpedosplitter im nassen Schitzengraben im Arsch. Ich den umgeleg den ein? Das glaub ich doch fast gar nicht. Wounded beast, Alter, wo bist du denn? Ah ja. Tatsache. Oh, mir fehlt nur noch einer. Das war ein Meisterschuss. Wenn man auch an der Tode liegt. Er ist hart gesotten mit seinem Panzerhut. Er trägt sich aus, Junge. Tricks 17. Nein! Stopp! Er legt mich wieder auf. Ich muss ihn wenigstens umbringen, Alter. Ich muss ihn... Ja! Ja! Und oh ja! Jetzt hump... Ein Hammer! Ich... Ich kratze ab! Hier ist ein Hammer! Scheiße! Ach nee! Und ich werde es wohl nicht rausschaffen. Komm, leck mich am Arsch, du, wie du da liegst. Ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Ah, er sieht mich noch. Naja, ich werde wohl draufgehen. Mit dem Hammer. Mann, mit dem Hammer. Ist gut. Ich rege gar nicht. Aber kann man danach eigentlich Medizin benutzen? Ich weiß es gar nicht. Versteck den Hammer. Versteck den Hammer. Versteck den Hammer. Aber die Quest muss zählen eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Das zählt. Das steht ja auch irgendwie plamm. Es geht ja auf. Dann Quest geschafft. Aber darf man danach noch Medizin benutzen? Das ist die Frage. Ich glaube, das darfst du danach auch noch nicht. Aber du musst nicht lebendig rausgemalt. Das habe ich nirgends gelesen. Wir werden sehen. Ich hab's.